Hallo zum E-Mobility Update am Dienstag, den 31. Oktober. Zum Reformationstag haben wir unter anderem den Bestellstart eines E-Trucks, den Ausblick auf einen neuen E-Transporter und ein flottes Performance-Modell aus China im Programm. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Mannekes, ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. MAN Truck & Bus hat den Verkauf seines ersten schweren Elektro-Lkw gestartet. Das bisher nur als E-Truck bezeichnete Modell bekommt in dem Zuge jetzt auch seine richtige Bezeichnung. In den Handel kommt der Lkw als ETGX für den Fernverkehr und als ETGS für die Distribution. Beide Modelle basieren auf dem gleichen Baukasten des bisher als MAN E-Truck bekannten Modells für den Fernverkehr. Die Unterschiede zwischen ETGS und ETGX entsprechen den bekannten Dieselmodellen, also zum Beispiel das breitere Fahrerhaus des TGX. Beim Antrieb sind die beiden Trucks hingegen identisch. Der schwere Lkw fährt mit bis zu sechs Batteriepaketen vor, von denen je zwei unter dem Fahrerhaus verbaut sind. Bis zu vier weitere sind seitlich am Fahrzeugrahmen angebracht. Sind alle sechs Pakete montiert, bietet der Truck bis zu 480 Kilowattstunden nutzbare Batteriekapazität für Tagesreichweiten von bis zu 800 Kilometern. Für schnelles Zwischenladen in der Lenkzeitpause bietet MAN den CCS-Standard mit bis zu 375 kW an. Daneben gibt es direkt am Verkaufsstart auch den noch deutlich leistungsfähigeren Ladestandard MCS. Dieser ermöglicht zunächst zwar nur 750 kW, in einer späteren Ausbaustufe soll MCS aber ein Megawatt an Ladeleistung ermöglichen. Mit diesen höheren Ladeleistungen und damit verbunden natürlich auch kürzeren Ladezeiten, sollen später auch Tagesreichweiten von bis zu 1000 Kilometern möglich sein, so der Hersteller. Der Elektromotor leistet je nach Einsatzkonfiguration 254, 330 oder 400 kW. Interessantes Detail, die Rekuperationsleistung beim Verzögern entspricht der Antriebsleistung des jeweiligen Elektromotors. Mit dem modularen Batterie- und Karosseriekonzept will MAN die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden hinsichtlich Reichweite, Nutzlast und Ladedauer abdecken. Ein MAN-ETGS, der im städtischen Verteilverkehr unterwegs ist, benötigt in der Regel nur eine Tagesreichweite von rund 250 Kilometern und wird über Nacht im Depot aufgeladen. Einen weiteren Bestellstart können wir aus China vermelden. Dort ist ab sofort der Sika 001 FR erhältlich. Und zwar zu Preisen ab umgerechnet 99.500 Euro. Der Performance-Ableger des Sika 001 wurde erst Anfang September vorgestellt, wird aber bereits produziert und sogar schon ausgeliefert. Der normale Sika 001 verfügt über zwei Elektromotoren. Beim FR, was übrigens für Future Road steht, gibt es vier, also einer je Rad. In Summe liegt die Leistung bei stattlichen 930 kW. Der Sprint von 0 auf 100 kmh soll damit in nur 2,07 Sekunden gelingen. Die Höchstgeschwindigkeit des Elektroautos liegt bei 280 kmh. Bereits zur Ankündigung im September hieß es, dass die Auslieferungen im Oktober beginnen sollen, was Sika nun eingehalten hat. Allerdings ist die Produktion des Sika 001 FR auf 99 Exemplare monatlich limitiert. Bisher hat Sika im laufenden Jahr knapp 80.000 Exemplare des 001 gebaut. Der Anteil des Performance-Modells wird also wohl gering bleiben. Und bisher ist auch nur von einem Verkauf in China die Rede. Die regulären Versionen des Modells werden inzwischen auch in einer Reihe weiterer Länder angeboten. So auch in Deutschland. Hierzulande sind die ersten Auslieferungen des Sika 001 für das kommende Jahr angestrebt. Das Street-Scooter-Nachfolgunternehmen Bion hat auf der Japan Mobility Show einen Ausblick auf den ersten Vertreter einer neuen Familie elektrischer Lieferfahrzeuge präsentiert. Der Transporter namens Pelkan soll im kommenden Jahr Weltpremiere feiern und auch in den Handel kommen. Bion nutzt bei dem für die innerstädtische Zustellung konzipierten neuen Lieferwagen eine Fahrzeugplattform des Auftragsfertigers Foxconn. Auf den ersten Pressefotos fällt das Fahrzeug mit einer futuristischen Optik inklusive einer durchgehenden Lichtleiste auf. Zu den Leistungsdaten ist bisher Folgendes bekannt. Der Pelkan leistet maximal 85 kW bei einem maximalen Drehmoment von 256 Newtonmetern. Zudem wird der Lieferwagen mit zwei Batterievarianten in den Handel kommen. Zur Wahl stehen 43 oder 54 Kilowattstunden. Mit dem größeren Akku soll der Lieferwagen mehr als 250 Kilometer weit kommen. An einer DC-Ladesäule soll der Ladevorgang von 30 auf 80 Prozent unter 30 Minuten dauern. Der AC-Ladevorgang von 0 auf 100 Prozent im Depot wird mit unter 8 Stunden angegeben. Die Nutzlast soll bei 1235 Kilogramm liegen, die Höchstgeschwindigkeit bei 120 kmh. Von der Konkurrenz abheben will sich Bion nicht nur durch die auffällige Optik, sondern auch durch ein optionales, intelligentes Paketausgabesystem. Dieses soll Fahrern beim Be- und Entladen von Paketen Zeit und Aufwand sparen. Das System will Bion künftig auch als separates Add-on zum Einbau in andere Fahrzeuge anbieten. Die vollständige Premiere des Pelkan kündigt Bion indes für Januar 2024 auf der CES in Las Vegas an. Ebenfalls noch im kommenden Jahr soll das Fahrzeug dann für Kunden verfügbar gemacht werden. Bei Bion ist intern allerdings gerade viel Bewegung. Erst letzte Woche gab das Unternehmen einen Führungswechsel bekannt. Der bisherige CEO Stefan Krause wird in dieser Funktion von Mitgründer und Präsident Bruno Lambert abgelöst. Und vor gut einem Monat hatte die deutsche Bion GmbH Insolvenz angemeldet. Andere internationale Gesellschaften von Bion sind davon aber nicht betroffen. Und wir bleiben noch kurz in Aachen. Der von dort stammende E-Auto-Hersteller NextEgo Mobile will auch in den USA eine Mikrofabrik für die Produktion seiner Stromer errichten. Damit will das Unternehmen von den Subventionen des dortigen Inflation Reduction Act profitieren. Das sagte der Ego-Vorstand im Rahmen des kürzlich vollzogenen Börsengangs in den USA. Einen konkreten Zeitplan für das US-Werk gibt es zwar noch nicht. Dafür gab NextEgo Mobile an, dass der Bau einer solchen Mikrofabrik rund 60 Millionen Dollar koste. In der hochautomatisierten Produktion sollen bis zu 30.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr hergestellt werden können. In Europa plant das Unternehmen mit drei Mikrofabriken. Neben der bereits produzierenden in Aachen entstehen die anderen beiden Mikrofabriken in Bulgarien und Nordmazedonien. Letztere Anlage soll bereits im kommenden Jahr den Betrieb aufnehmen. Erst Mitte Oktober hatte NextEgo Mobile den 2022 angekündigten Börsengang per SPAC-Fusion vollzogen. Seit dem Zusammenschluss mit einem amerikanischen Firmenmantel ist das Unternehmen an der Nestac gelistet und nennt sich nun Topco. CATL hat in China eine neue Batteriefabrik in Betrieb genommen. Die Anlage in der südwestchinesischen Provinz Guizhou verfügt zunächst über eine Jahreskapazität von 30 Gigawattstunden. Produziert werden dort Batteriezellen und Packs sowohl für Elektroautos als auch für stationäre Anwendungen. Dank einer hohen Automatisierungsrate von 95 Prozent kann CATL in der neuen Fabrik pro Sekunde eine Zelle und alle zweieinhalb Minuten ein Batteriepack herstellen. Zur Bauform und Zellchemie gibt es jedoch keine Angaben. Bei den 30 Gigawattstunden handelt es sich auch nur um die erste Ausbaustufe, die nun in Betrieb gegangen ist. Die Anlage ist von Anfang an auf 60 Gigawattstunden ausgelegt worden. In der zweiten Phase wird die Kapazität des Werks also verdoppelt. CATL verfügt laut neuesten Zahlen zum Ende August über eine installierte Produktionskapazität von rund 158 Gigawattstunden. Das entspricht einem Zuwachs von rund 55 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr. Mit der nun eröffneten Anlage erhöht sich die Gesamtproduktion von CATL weiter. Mit einem globalen Marktanteil von 36,9 Prozent ist CATL der einzige Batteriehersteller über der 30-Prozent-Marke. BYD landet global mit 15,9 Prozent nur auf Platz zwei. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Das E-Mobility-Update wurde Ihnen präsentiert von Mannekes, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Wir wünschen Ihnen nun einen schönen Reformationstag oder auch Happy Halloween. Ganz wie Sie wollen. Bis morgen. Machen Sie es gut. Das E-Mobility-Ladelösungen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen.